Da ist Footballstadion, da ist Football Training glaube ich und da ist Basketball. Und jetzt mal gucken was College Basketball in Amerika so kann. Also krass, bis jetzt hätte ich nicht gedacht, das ist krass. Ich habe draußen noch vergessen zu sagen, da hat es auch wieder nach Gras geraten. Auf jeden Fall krass. Sogar hier ist die Gende, die Home of the Chiefs. KC Fans, are you ready? 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 NOTFIELD NOTFIELD Untertitelung des ZDF, 2020 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 клуб Und willkommen in der 5.0 Seine von Spanisch aus New York City, Nummer 5, Nummer 5, Nummer 5! Musik Ja! Ja! Boom! Es ist verrückt! 23 Sekunden und noch 72 zu 72. Also sehr eng und nicht mehr lange Zeit. Crazy! Ja! Also keiner hat den Punkt gemacht. 72 zu 72. Also Overtime jetzt 5 Minuten. Die haben auch eine kleine Hall of Fame. Achso, da ist noch nichts drauf. 20. Also. Ich gehe mal eine Runde, ich gehe mal eine Runde ins Stadion und gucke was so abgeht und was es hier so gibt. Von Fashion Style. Also. Weiter geht's. Ich glaube mal genau eine Runde. Guck mal was zu essen gibt und so. Und. Dann sehen wir weiter. Ja. Das ist echt krass. So ein bisschen sprachlos. Das ist einfach geil. Und meine Frau. Und meine Frau. Meine Frau hat bei dem anderen College den Master gemacht. das ist einfach mal eine Runde. Also sie für das andere Team. Beide sind aus Kansas. Die einen sind besser im Basketball und die anderen sind besser im Football. Das ist super. Das ist krass, wenn man da so reinläuft. Hier so, wenn man jetzt so kommt. Und man läuft so rein. Das krass ist, das ist grün. In Deutschland wird nicht mal so ein Aufwand betrieben bei der Bundesliga. Das ist krass. Das ist geil. Männer Team. Und das Frauenteam. ... nie. ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob man einfach wundern will, aber richtig einfach. Ich weiß nicht, ob man einfach wundern will. Ich weiß nicht, ob man Basically, ob man einfach wundern will, A-S-U! 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 It is amazing! It is amazing what you can accomplish when you do it out of a moment of love and joy and passion I told you you will get your one-to-one score and from here on out expect to win! A-S-U! 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 ok jetzt bin ich draußen also das war schon geil das war schon geil meine frau hat die tickets geholt und gesagt komm wir gehen ich glaube sie wird es bereuen sie hat mir damals mal eine playstation gekauft und sie hat es bereut sie hat mir tickets für die chiefs gekauft und sie hat es bereut und jetzt hat sie mich hier hergebracht ich glaube sie bereut es das ist so geil mann 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 okay footballfeld nochmal how does it feel to be a loser ja krass auf jeden fall hey aber was haben die denn auch alle für ein geld die haben einfach krass das ist nur trainingsfootballfeld da ist indoorfootball und da hinten ist das schadion das ist einfach krank alter und die haben towers just for the coach to look so 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 so